Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder bei Planet Coaster, machen direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir müssen es hier ja fertig kriegen, aber versprochen nicht wieder nur die ganze Folge bauen. Ich möchte hier jetzt, wir müssen natürlich noch ein bisschen dekorieren, aber das sind ja Kleinigkeiten, was schnell geht. Ich möchte hier gerne noch so ein kleines Restaurant neben haben. Da bin ich bloß mit überlegen, das wäre glaube ich besser, dass wir so essen. Es müssen ja nicht alle nebeneinander stellen, das sieht ja auch ein bisschen blöd aus. Ein bisschen so hier, dass es hier so am Weg rangeht. Aber so, dass hier noch ein Weg vorbei passt. Mal gucken. Ich will auch erstmal gucken, bevor ich das baue. Ich hatte ja gesagt, nein, da wollte ich nicht hin. Wir machen eine Mischung aus selbstgebauten Workshop und Sachen, die es so im Spiel gibt. Ich will mal gucken, im Restaurant, das sind die fertigen Sachen zum selber bauen. Da gibt es ja auch Erweiterungen. Ob es da irgendwie Märchenmäßig was im Bauplan gibt oder so. Ähm, na, warte mal. Ich will gerne die Workshop-Sachen hier raus haben. Ich will eh, ich nehme mal nur Frontier. Den haben wir zumindest... Ja, zumindest die Workshop-Sachen raus. Aber, na, warte mal. Hotel, Hotel, nein. Nein, kleinen Restaurant wollte ich. Ah, Restaurant gibt es nur zwei. Okay, einmal das. Das passt hier aber nicht wirklich hin. Also vom Aussehen her, meine ich, gibt es so ein Western-Restaurant. Ja, das sieht zwar nice aus, aber es passt hier nicht hin. Gut, wir müssen was selber bauen. Das wollte ich gerade gucken. Das bauen wir wieder so ähnlich wie da, aber diesmal ein bisschen anders und auch ein bisschen kleiner. Ich hätte da ganz gerne nämlich... ...gebäude, diesmal so Strohdach darüber, sodass ich ein bisschen Abwechslung habe. Am besten, ich baue erst mal eine G4 auf angepasst und das Gebäude. So, und das hätte ich hier gerne so ein bisschen... Ah, schräger, wie ich ja schon sagte. Ungefähr so, dass man noch einen Weg vorbeifasst. Vielleicht ein bisschen nach da. Ungefähr. Ein bisschen Abstand soll es hier haben. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Erweiterungen. Ich weiß gar nicht, was das für Erweiterungen sind. Ah, das wird dann schon zu viel, oder? Ah, ich werde da mal einen hinsetzen. Hier noch einen. Da noch einen, aber größer soll es gar nicht werden. Gut, und jetzt auf Gebäude. Wir gehen natürlich wieder auf die Kalkputzwand, die wir sonst auch hatten. Damit das optisch ein bisschen passt. Aber ein anderes Dach drauf diesmal. Kalkputz. Kalkputz, Kalkputz. Keine Ahnung, immer wenn ich die Shift-Taste drücke zum Großschreiben. Geht aber mir auf... Öffnet er einmal gut Steam. So, die Kalkputzwand. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich wieder einigermaßen die gleiche Farbe hinkriege. Was hatten wir denn da? Er so im Orangen, ne? Das ungefähr, ne? Ja, das ist es, glaube ich. Gut. Dann werde ich jetzt einmal... Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die richtigen Dinger nehme. Da muss einer hin. Da. Und dann will ich hier aber auch gleich wieder direkt zurück. So groß soll es diesmal nicht werden. Da einmal hin. So. So. Weil da quarkt er ja schon so lange rum, dass wir die Dinger brauchen. Und zwar oben in der Herausforderung. Kann ich ja gleich mal zeigen. Und hier müssten wir jetzt natürlich auch wieder... Die Leute müssen ja reinkommen. Das ist das Problem. Und da haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit. Den Tor buchen. Auch wenn das ein bisschen nach Burg aussieht. Mal gucken. Da werde ich jetzt auch erstmal wieder das Dach machen. Diesmal haben wir die Sachen drin. Aber halt, bevor ich jetzt das Dach baue. Ich gehe einmal kurz auf Fertig. Damit würde ich das gleiche Problem haben wie vorhin. Muss das Ganze, glaube ich, hier auch verbinden, ne? Restauranterweiterung. Ja, 0 von 10 Erweiterungen. Dachte ich mir. Restauranterweiterung verbinden. So. So. Will ich den auch mit anklicken? Nein. Bestätigen. Ich weiß gar nicht, wofür die Erweiterungen hier gut sind. Wahrscheinlich zusätzliche Tische oder sowas. Bonus. Erwachsenenlokal, Teenagerlokal, Internetzugang, Livemusik. Kann man nicht mehrere Sachen einstellen? Livemusik zum Beispiel? Ne, man kann nur eine Sache einstellen. Okay. Dann bleiben wir bei Livemusik. Die Gäste werden beim Essen von einer Liveband unterhalten. Etwas attraktiver für Teenager und Erwachsene. Erhöht das Prestige kleinerer Restaurants. Okay, das passt doch. Essen, so stellen wir später ein. Weil, wir müssen das Haus ja noch fertig machen. Dann gehen wir jetzt wieder auf Bauen. Jetzt können wir das Dach aufbauen. So, da gehe ich jetzt auf Dach. Ähm, da rauf. Und da haben wir jetzt natürlich, weil Kaltputz noch drin steht. So, wir hatten doch irgendwo mal, die hatte ich mal gesehen, diese Strohdächer. Ich weiß nicht genau, wie man sie baut. Das ist wahrscheinlich, passt so nicht, ne? Das ist einfach nur für so ein kleines, schmales, ja. Aber gibt es denn da keine einzelnen Strohdächerstücke? Doch, hier in der Art, ne? Das ist auch zu schmal. Drehdach Kante, Drehdach Schräge. Ich hätte diesmal gerne ein bisschen schräger. Warte mal. Der müsste hier auch so rauf, ne? Und den müsste man umdrehen. Ist es dadurch ein bisschen schräger? Ja, ganz so flach wie das andere ist es nicht. Gut. Ich glaube, so Ecken gibt es hier nicht. Nicht bevor ich jetzt weiterbaue. Nein, Ecken gibt es hier nicht. Das müsste ich hier ein bisschen anders machen. Dahin, dahin. Muss ja umgehen, ne? Deswegen ist es auch ein bisschen abseits. Ein bisschen schräg, damit es ein bisschen... Ja, gut, es geht. Da gucke ich jetzt natürlich auch nochmal, ob es so Dachverkantung gibt. Damit man ein bisschen überstehen lassen kann. Ich hoffe es, dass es irgendwelche Reetdachverkantungen gibt. In der Tat. Reetdach Dachkante mit Überhang. Ist das hier jetzt für die Seite gedacht, oder? Ich kriege das bloß nicht höher. Ich kann es nur weiter reinsetzen, aber nicht höher. Wird ich das jetzt so? Geht das? Na? Ich wollte es hier so ein bisschen überstehen haben. So ungefähr. Müsste natürlich bloß bündig sein mit der Ecke. Also irgendwie passt das nicht genau, ne? So, denn einmal. Na, wenn ich es einmal habe, kann ich es ja immer weiter reinsetzen. Müsste ein Millimeter runter. Ah, war ein bisschen weit. So ungefähr. Oder? Ah, ist ein Millimeter zu hoch. Man sieht da oben die Kante. Ah. Da sieht man da unten, nicht? Also so ungefähr. So geht es ungefähr. Ich lasse jetzt so hin, warum müsste ich den noch so weiterziehen können, oder? Aber kann das sein, dass es hier unterschiedlich hoch ist? Sieht fast danach aus, ne? Das ist ja doof. Ich habe gedacht, es gibt jetzt eine große Kante, die man da komplett langziehen kann. Aber offensichtlich nicht. Okay. Dann ziehe ich den da erstmal ran. Der müsste wieder ein Tickchen höher. Ein bisschen gewählt, das Reetdach. Kann sein? Der müsste da auch ein bisschen rein. Und ein Tickchen runter. Ich glaube, das haut nicht so hin, wie ich es mir gedacht habe. Oder? Ne, weil man sieht hier die ganze Zeit. Lass da durchgucken. Ne, das sieht hier vorne Mist aus. Das haut nicht so hin, wie ich es mir gedacht habe. Verdammt! Ah, was sind das für Kanten? Für die Ecken, ne? Oder wofür sind die gut? Ah, die sind, glaube ich, für die Ecken gedacht. Die müsste man denn so rumdrehen. Und dann könnte man sie hier so an die Seite setzen. Ja, die sind eindeutig für die Ecken. Gut, das wird gehen. Aber ehrlich gesagt, es sieht das doch schon ein bisschen blöd aus. Hier mit denen da. Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen. Da kann ich jetzt nicht die ganze Reihe fallen, weil die so unterschiedlich lang sind. Langsetzen. Ich meine, Reddach ist zwar gewählt, auch in Wirklichkeit, aber doch nicht so extrem. Obwohl man hier auch die einzelnen Kanten drin sieht, ne? Hm. Da gehe ich mal kurz gucken. Haben wir irgendwo ein Gebäude mit Reddach? Hier, aber das ist nur so ein kleines, ne? Da haben sie auch diese extra Kanten drin, ne? Ja, die sind da eindeutig drin. Tee. Eine andere Kante gibt es hier ja auch nicht. Ähm, die gehen wir mal auf dem Gubbieren. Einmal hier so rüber. Aber keine Ahnung, wie sie es da gemacht haben, dass man die Kanten nicht so sieht. Dachdeko oder so ist auch nichts mehr drin, ne? Gehe mal auf Allgemeindach und gib mal Redd ein. Mal gucken, was es da gibt. Vielleicht gibt es da noch was anderes. Redd. Ah, das sieht doch schon anders aus. Oh ja. Die habe ich vorher nicht gesehen. Das sieht ja schon anders aus. Okay, warte mal. Der da kommt weg. Dann brauchen wir jetzt hier nicht alles einzeln setzen. Reddachdachkante. So. Die müsste quasi hier dann ran. Gut, der sieht zwar ein bisschen blöd aus, ehrlich gesagt. Kann man vielleicht gleich noch ein bisschen höher schieben. Ich mache das erstmal rundherum ran. Aber so haben wir nur drei Stücke und nicht halbzigtausend kleine. So. So. Und hier nur in die Ecke müsste der gleich die kleine. Den schiebe ich dann jetzt einfach kurz ein bisschen höher. Geht gar nicht, ne? Guck mal. Kann man so gar nicht verschieben. Nein. Wie haben sie das denn gemacht? Ich dachte, Dachkante, Dachkante mit Überhang. Das sind die. Ah, das sieht doch scheiße aus. Und den, naja, hier oben sieht es auch nicht gerade besser aus. Ich bin gerade ein bisschen am Rumexperimentieren. Wenn man den hier so raufsetzt, das... Ne, das geht nicht. Und das Ding? Ah, das ist das erste Dachüberhang. Ja, das geht so auch nicht. Bin nur gerade ein bisschen am überlegen. Das ist die normale Schräge. Dachkante mit Überhang. Das ist der Dachkante. Das ist die. Da haben wir zwar so ein bisschen überstehen, aber das sieht doch... Also, Rädach ist eine Katastrophe. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Könnte man den hier so hindauen? Naja, aber das sieht, ehrlich gesagt, bescheiden aus, ne? Das sieht sehr bescheiden aus. Der geht wieder nur an die Kante, oder? Das ist nicht das Richtige. Und den kann man hier so natürlich nicht raufbauen. Das wäre für... Ich glaube, diese Räddächer sind nur für kleinere Häuser gedacht. Das ist zu groß dafür. Das ist schade eigentlich. Hätte ich gerne gehabt, aber geht leider nicht. Entfernt haben wir es ja zum Glück schnell. Weil so sieht es doch scheiße aus. Es sieht so aus, es wird einzelne Platten aneinandergesetzt. Und ich meine, gut, was anderes ist es auch nicht. Aber... Es soll ja schon ordentlich zusammensitzen. So, so. Und ich wollte ja auch nicht schon wieder die ganze Folge dran rumspielen. Wir sind schon wieder bei elf Minuten. Aber vielleicht gibt es ja vernünftige Dächer, die ein bisschen schräger sind. Und ich meine, das hatten wir vorhin. Aber wir hatten diese zwei Meter schrägen genommen. Die sind höher, oder? Das Ganze muss aber allerdings ein bisschen roter. Das hatten wir auch schon. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die etwas schräger sind. Sind sie eindeutig. Gut. So, so. Dann mache ich es leider doch so. Ich hätte gerne ein Reddach hier gehabt. Aber das ist, glaube ich, eher für die kleineren Häuser gedacht. Das lässt sich hier irgendwie nicht so richtig... Jo. Hier kann man dann auch wieder vernünftig die Dachverkantung untersetzen. Das sind ja die da. Einmal umdrehen. Da ran. Na ja, aber passt auch, weil wir da ja schon haben. Oh. Die Dachverkantung passen hier aber nicht. Oh, ich habe sie zu hoch gesetzt. Probier es mal kurz auf der anderen Seite aus. Ob das überhaupt geht. Na, so geht es. Ich habe sie nur zu hoch gesetzt. Schieben wir die gleich noch ein bisschen runter. So. Muss ich gleich mal gucken, ob es hier noch was gibt. Ähm. Einmal weg. Und... Na, so. Der auch noch mal. Runter. Ran. Gut. So. Na ja, gibt es denn hier noch was für die Seiten? Wäre ja schon schön. Wie heißen die Dinger denn? Biberschwanzdach. Gut, dann gucken wir mal nach Biber. Ah, da gibt es nur die. Gibt es also nichts zum Überstehen. Ypsala. Das war blöd. Die kann ich hier nicht nehmen. Der ist vor oben für den Fürst. Und die gehen hier nicht an die Seiten, ne? Das sieht zumindest nicht, wie das funktionieren soll. Äh, selbstsinnigen Umdreh. Es gibt aber auch keine normalen Dächer, oder? Ist das für die großen Schrägen hier gedacht? Ja, müsste bloß ein Dingchen weiter runter. Für die Größe hier gedacht, ne? Ja, gut. Dann müssen wir gleich mal kurz die Dachenden da noch verbinden. So. Der müsste weg. Der müsste weg. Da sieht man schon, die sitzen nicht ganz richtig. Ah, ich hätte die vorher entfernen sollen. Das habe ich eben erst gesehen. Aber die kann man ja nochmal richtig hinschieben. So. Denn. Der müsste, ups. Ah, ein Tickchen höher. So hin. Damit er richtig sitzt. Genau wie der da. Das ist ja auch ein Tickchen höher. So. Genau wie der hier denn ein Tickchen höher müsste. So. Und der noch. Und der müsste das einigermaßen. Ah, da ist ein Fürst drauf. Deswegen. Ich dachte gerade, wieso sieht das so komisch aus an Giganten? Hm. So. Dann müsste ich hier bloß nochmal so eine Dachverlängerung rummachen. Dann passt das hier auch. Und es ist halt nur eine kleine Hütte dafür. Aber ein etwas schrägeres Dach. Und da können wir nämlich jetzt den Fürst drauf machen. Dachverkantung. Ein bisschen höher. Noch ein Tickchen höher. Na. So, ne. Ja. Reicht ja schon. Wunderbar. Denn kann man hier nämlich auch. Das ging daher nicht. Wahrscheinlich auch so ein Äckerfenster drauf machen. Na, Städtchen raus. So. Der müsste da jetzt ohne Probleme hier rangehen. Eigentlich. Na. Vielleicht ein Tickchen höher. So, ne. Ja. Zack. Sieht hier an den Ecken irgendwie blöd aus. Aber das kann ich nicht verhindern. Obwohl. Warte mal. Die müssen euch jetzt auch wieder passen, oder? Was sieht es da blöd aus, ne? Ich glaube, der müsste ein Tickchen höher. So müsste der. Genau. Ja, gut. Die gehen hier auch. Dann müsste der da hin. Das ist manchmal echt ein ganz schönes Gefummel. Ja, aber es sieht besser aus, ne? Wenn das so ein bisschen übersteht, finde ich jetzt. Da sieht die Ecke hier nicht so blöd aus. Und der Fürst geht da auch weiter. Ähm. So. Und der müsste so. Und der müsste dann hier nochmal hin. Und dann haben wir das. Dann probiere ich gleich noch einmal kurz ein Äckerfenster aus. Und die restliche Deko machen wir dann ein andermal. Wir können ja die ganze Zeit nicht hier nur bauen. Und so. Machen sie jetzt Stück für Stück. Irgendwie sieht das Dach hier auch total komisch aus. Ich glaube, das gehört so. Irgendwie. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist aber richtig. Gut. Liegt das an denen, ne? Dass der nicht richtig sitzt? Das lag an denen. Gut. Ah, das kommt, weil er hier die Doppelkante drin hat, ne? Ne? Ich will nicht die Ecke, sondern den anderen. Genau. Der müsste weg, ne? Ja. Jetzt war ich auch so eine Doppelkante. Und jetzt sitzt der nämlich nicht mehr richtig. Das war das ganze Problem. Okay. Das könnte man ihn doch rein. Theoretisch. Der müsste eigentlich so sitzen, damit es perfekt aussieht. Und dann müsste der hier ein Tickchen runter. Ah, das ist jetzt wieder gut. Blöd. Ich glaube, das Ganze werde ich jetzt, das müsste ich rundherum nochmal anpassen. Das mache ich aber nicht jetzt. Das machen wir den anderen Mal. Oder ich mache es offline. Gut, jetzt passt das hier ja auch. Hier sieht es noch ein bisschen blöd aus. Aber es geht, ne? Es geht. Ja, das war ja nur die eine Ecke, die ich Doppelkante hatte. Gut. Dann möchte ich jetzt gerne noch einmal ein Erkerfenster ausprobieren. Das ging ja vorhin nicht. Ähm, ich nehme mal Biber, Schwanz und Dingsbums da raus. Türe, nein. Fenster, ja. So, diese schönen Erkerfenster. Ähm. Wo sind die denn jetzt? Sowas in der Art. Bloß halt in einer anderen Farbe. Müsstet euch jetzt rein theoretisch, wenn man es anpasst, hier hin passen. Nimm die einmal gerade drehen, bitte. Dann passt sonst nicht, ne? Immer noch nicht schräg genug? Echt nicht? Oder ist das falsch? Aber wir hatten noch von welcher, da waren viel, viel mehr Erker dran. Äh... Ich hatte doch vorhin, oder standen die bei Dach mit drin? Dachdekor. Warte mal. Ne, da stehen sie definitiv nicht. Nach Verkantung ist es auch nicht. Flachdächer sowieso nicht? Nein. Und normale Dächer auch nicht. Nein, die müssen schon bei Fenster stehen. Aber wo genau standen die denn hier? Hier sind jetzt Türen mitspischen. Das ist ja so ein Erkerfenster, was wir hier hatten. Aber wir hatten noch viel, viel größere vorhin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die sind. Was sind diese Spukhausdinger? Ja. Das ist ja doof. Das... Warte. Das darf doch wohl nicht wahr sein, zu doofen Fenster zu finden. Alles normale Fenster, ne? Hat noch so Fenster mit Balkon und so dran. Vielleicht die da? Ne. Das sind nur Balkonsimse und sowas. Keine Ahnung, wo das jetzt geblieben ist. Hier sind ja Wände und alles mit zwischendurch. So finden wir es nie. Ah. Wände. Vielleicht Wanddekor. Wanddekor vielleicht. Burgfenstererweiterung. Ja, ich glaube, hier haben wir das. Ah. Das ist noch nicht so optimal. Sowas an der Art. Könnte schon er hinhauen. Müsste man Blues... Das haut echt nicht hin, ne? Mäh. Ich habe keine Ahnung, wie das andere machen. Das mit den Eckerfenstern habe ich noch nicht verstanden. Kann ja mal gut gucken. Die haben hier doch auch so Eckerfenster drin. Wie haben die das denn gemacht? So ein kleines extra Dach mit reingebaut und das Fenster da ran gesetzt, ne? Wahrscheinlich. Das vermute ich mal ganz stark. Und zwar... Ich ziehe das mal einmal kurz vor. Ich gehe mal kurz auf Dächer. Schmitzdächer. Hier gab es doch diese kleinen, schönen... Ist hier gar nicht fertig, ne? Muss ja. Ich glaube, diese haben sie da reingesetzt. Diese Baldachins. Quasi... Ah, ist ein bisschen schief. Kann man gleich gerade drehen. Den so ungefähr. Bisschen gerade drehen. Ungefähr so. Oder? Ne, die passen ja auch nicht. Aber das müsste ja, wenn ein Fenster unter soll, mindestens so... Ne, das haben die anders gemacht. Nicht mit diesen Baldachins. Die Frage ist nur, wie. Spukhausdach haben die bestimmt nicht genommen. Das glaube ich nicht. Holzschimmeldach. Die auch nicht. Von denen gibt es ja keine normalen Dächer. Die haben wahrscheinlich... ... so Holzschrägen genommen. Die so gedreht. Vermute ich mal. Und hier so mit reingebaut. Na, das Ganze ist ein bisschen nach da. Wahrscheinlich. Aber das finde ich ja den riesengroß. Ne, das haben sie ganz bestimmt nicht gemacht. Und auch nicht mit diesen 2 Meter Dingern, oder? Das ist nur so... Ne, die haben sie... Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, ehrlich gesagt. Haben wir gut gehen. Vielleicht wisst ihr das ja. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Zumindest haben wir jetzt hier schon... Das ist schon mal der Anfang. Am nächsten Mal machen wir dann... ... oder ein andermal... ... hier ein kleines bisschen Deko mit dran zu kramen. Hier soll noch so ein bisschen vor. So ein kleiner Zaun. So ein kleiner Garten. Hier noch ein bisschen Deko rein. Das ist so aus, als wenn sie zusammengehören. Da fällt mir selber auch noch was ein. Da werde ich mich mal schlau machen, wie man das genau macht. Habe ich selber auch noch nie gebaut. Möchte jetzt gerne hier aber den Weg noch lang bauen. Den Weg... So... Einigermaßen gerade hier vorbei, wenn es passt. Ah... So... Dann können wir das Spiel auch einmal kurz weiterlaufen lassen. Gut, das Ding hat wieder aufgemacht. Dekomäßig hat er jetzt hoffentlich schon mal ein Tickchen mehr. Naja... 39%. Aber man kann hier noch so Kleinigkeiten reinbauen. Ich hätte hier gerne ein Erkerfenster rein, aber ich muss mich erstmal schlau machen, wie das genau funktioniert. Da müsste ich echt mal gucken, wie sie das gemacht haben hier bei den Häusern. Da könnte man ja mal kurz, wenn ich hier auf dem Bearbeiten gehe. Was haben die da reingesetzt? Dorffenster Erweiterung Klein. Und das dahinter? Dorffenster Erweiterung Klein. Der hat einfach zwei Erweiterungen hintereinander gesetzt. Wie heißen die Dinger denn? Fenster. Fensterdeko. Habe ich jetzt nichts da drin? Ich gehe mal auf alle. Gib einfach mal ein Dorffenster. Ups. Dorf. Dorffenster. Aber ich sehe hier keine Erweiterung. Doch, die da, ne? Die kleinen Dinger haben wir da drin? Echt jetzt? Ist das sicher? Die Dinger sehen mich echt so mickrig aus. Sagen wir mal gucken. Wenn man den so hinsetzt. Na gut, der hat da zwei hintereinander gesetzt. Auf die D muss man erstmal kommen. Mal abgesehen, passt die Farbe so nicht. Die müsste man natürlich so setzen. Und dann ein Tickchen runter. Das will ich jetzt noch einmal ganz kurz ausprobieren. Davon jetzt erstmal eine ein bisschen runter. Und da gleich noch einen zweiten Vorsitz. Genau so ein bisschen im Dach drin. Da hat er noch einen zweiten vorgesetzt. Gucken, ob das geht. Wenn ich den jetzt setze, dann zweiten vor. Dann direkt ran. Ah, haut das aber immer noch nicht so ganz hin. Warte mal. Und wenn ich da gleich noch einen dritten vor mache. So. Da noch ein dritter ran. Geht das? So wird's gehen. Okay. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus hier oben so einsam verlassen. Ich wollte es ja auch nur mal ausprobieren. Ah, aber jetzt weiß ich, wie er es gemacht hat. Gut, die Farbe passt auch nicht ganz optimal. Hier muss sowieso noch Deko. Aber das lasse ich jetzt so. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Fenster hinkriege. Quasi als Mahnmal. Toilifilchen euch jede Menge Deko. Zumindest besuchen sie schon mal das Restaurant. Oder besser gesagt das Hotel. Meine Idee war ja, hier Leute hinzulocken. Und das scheint zu funktionieren. Sie gehen tatsächlich hin. T-Cups hat ein technisches Problem. T-Cups wurde repariert. Herausforderung ist auch abgeschlossen. Ja, das meine ich nicht. Das hier mit den Gästen im Hotel. Ein Restaurant mit mindestens zwei Räumen haben wir auch. Das ist abgeschlossen. Wunderbar. Bekomme nämlich auch wieder ein Geld. Jetzt gehen hier auch mal wieder Leute ran. Also wir locken zumindest schon mal ein paar Leute hier hin. Natürlich fehlt hier ein bisschen was an Deko. Das Ding braucht noch viel mehr Deko. Die Häuser sind noch nicht ganz fertig. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen jetzt nicht böse, weil wir jetzt die letzten zwei Folgen hier rumgespielt haben. Die kleine Deko machen wir dann zwischendurch mal. Das ist ja jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, hier werde ich auch noch kein Fachwerk ran machen. Das reicht nicht da. Aber hier so ein bisschen Fenster und so müssen schon ran. Ein bisschen Efeu und so. Und hier lasse ich mir auch noch was einfallen lassen. Das Ding ist ja auch noch nicht ganz fertig. Zumindest haben wir schon mal Leute hergelockt. Das war schon mal ein Anfang. Auf jeden Fall. Nächste Folge machen wir mal wieder das andere Mal. Vielleicht versuchen wir nächste Folge mal die Achterbahn. Ist mal etwas Abwechslung. Vielen, vielen Dank fürs Zwischengucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.